Hallo vom Fokostand. Vor zwei Jahren, in 2015, hatten wir hier auf der IDS mit Admirafusion das weltweit erste rein keramisch basierte Füllungsmaterial präsentiert. Nun, 2017, präsentieren wir Ihnen ein weiteres Mitglied in der Admirafusion-Familie. Admirafusion X-Base ist ein fließfähiges Nanohybrid-Ormozer-Füllungsmaterial für 4 mm Schichtstärken. Dieses Bulkfilmmaterial zeichnet sich, wie auch die anderen Admirafusion-Produkte, durch eine exzellente Biokompatibilität ohne klassischen Monomere und einen exzellenten Schrumpf aus.